Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Münchner Konzertvereins, ich möchte mich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich bedanken für den Vertrauensvorschuss, den sie mir gegeben haben in Form eines Corona-Hilfs-Stipendiums. Auch wenn die Zeit des Lockdowns sicherlich für kreativ schaffende Menschen eine Art Geschenk war, weil man einfach mal Zeit hatte, darf man natürlich nicht vergessen, dass die finanziellen Einbußen durchaus akut sind und daher kommt diese Gelegenheit sehr, sehr gelegen. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Julian Hesse, ich spiele Trompete, komponiere und unterrichte und lebe seit sechs Jahren in München, habe vorher studiert in Amsterdam, in Bern und New York City und wie gesagt, seit sechs Jahren bin ich wieder hier in München und arbeite von hier aus deutschlandweit, europaweit als Musiker und eben auch Pädagoge, gebe Workshops, unterrichte viele Schüler. Vor zwei Jahren habe ich ein Album aufgenommen, im Duo zusammen mit dem Pianisten Stefan Plecher. Stefan kenne ich schon seit Jahren aus dem Landesjugend-Jazz-Orchester Bayern. Er ging dann weiter nach Wien und Basel zum Studieren. Mittlerweile wohnt er in Hamburg und hat eine Ausbildung angefangen als Klavierbauer. Er vertieft damit sozusagen seine bereits sehr, sehr fantastischen Klavierkenntnisse noch weiter. Im Zuge der Albumaufnahme haben wir zwei Musikvideos gemacht von zwei Stücken. Die sind bisher unveröffentlicht, weil ich noch keine Möglichkeit oder keine Gelegenheit gefunden habe, die zu veröffentlichen und jetzt dachte ich mir, ist der Punkt gekommen, wo ich sie Ihnen, dem Münchner Konzertverein, gerne exklusiv diese Videos vorstellen möchte. Das erste Stück ist von Stefan Plecher geschrieben, es heißt Sky People und das zweite Stück ist eine Nummer von mir mit dem Titel In Due Time. Viel Spaß mit diesen beiden Titeln. Musik Amen. 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 Amen.